moin moin liebe leute und herzlich willkommen auf videos tv es ist wieder soweit eine neue folge let's play together the forest kodiak natürlich auch wieder mit dabei wir sind immer noch auf der suche nach der karte für diese insel und der katz zumindest angedeutet er wusste wo es ist dementsprechend werde ich ihm wieder folgen dann sagt man ja lang geht ich habe es nicht nur angedeutet ich weiß wo es ist so wie ich immer alles weiß in diesen spielen so wie letzte mal kommen die hülle die wir zeigen da müssen wir rein ja jetzt wahrscheinlich einfach verklettert oder sowas jetzt auch hier zu laden und kommen hier mal ran auf den meter lutscher follow me follower leader ist auch immer wieder so eine komische autobahn für die freaks die rennen die ganze zeit durch die gegend so aufpassen wenn die kommen dass ich auf jeden fall platt machen auch noch drei schildkröten panzer damit ja habe ich gerade schon gesehen kommen wir vielleicht nur zwei stück füllen dass wir mitnehmen können ausdauer ist schon wieder zu ende aber wir auch schon fertig fertig so geht es hier hoch dann gibt es den links rechts manöver und flasche zu von der ich denke ich bin dick und ich bin nicht so schnell ja nun komm ran hier ich kann schon nicht nur das habe ich mir schon gedacht ich habe schon die hand nehmen katana gefällt mir irgendwie das katana ist auf jedenfalls dronk so wo soll das sein also hier kommen wir jetzt gleich auf jeden fall zu dem größten eingeborenen dorf laut map das müsste so die hauptzone sein und kann man ein bisschen stoff mitnehmen aber muss ich jetzt müssen wir mal drei meter weiterkommen und kannst du überall stoff einsammeln richtig cool das nehme ich gerne mit du das nehme ich gerne mit stoff ist immer gut hängt vor dem wies aufgang aber als ob du so ein skifahrer bis der ist lange läuft richtig richtig gut die ganzen hände und gebeine daran das ist wahrscheinlich deren art uns willkommen zu heißen so nach dem auto kommt rein kommt kommt zu uns ins dorf das ist ein schönes dorf hängt auch mal euer bein hier ans netz so wunderbar ist noch benzin wird zu groß ja ich brauche noch ein kanister tatsächlich dann bin ich wieder voll voll mit ihr benzin aber hier ist wirklich reichlich stoff ja 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 hier ist wohl auch der stuhl für den chief ist dann mal ein stuhl das geht ab auch das ist ein passagier hier vorne da muss ich hier nochmal das sieht aber es hat er im gesicht sieht aber wissen tennisschläger abgebrochen ich kann ich fange gar nix ich will koffer haben denn unsere passagier bei gewohnt man hört sich doppelt ja ich habe das funke rausgeholt ist wieder rechtlich zu trinken drin gucken die koffer wo es reicht nicht zu trinken sind hier ach so ja jetzt gleich für jetzt haben wir noch geld komm schon wir nehmen wir natürlich alles mit aber hier hängen noch so ein paar kollegen die hier ein bisschen präpariert wurden also hier muss doch normalerweise auch mal irgendein passagier so die haben sie aber komisch trappiert hier also ich muss schon gestehen das ist schon künstlerisch wertvoll was die mutanten hier gemacht haben das ist moderne kunst das ist definitiv moderne kunst ja also man muss den menschen erstmal so in den tennisschläger wickeln das muss man erst mal schaffen das bestimmt so ein twister profi auf jeden fall ist ein talent hier ist was ihr fackeln ich habe inventory voll mein gott stein hau ab ok war nämlich auch mit etwas was man verwenden kann wir behalten noch mehr wir holen da habe ich wohl irgendwas kaputt gemacht dann nehme ich doch mal ein schluss bürchen so dann gehen wir mal in die höhle rein kommst du mit kommst du mit kommst du mit kommst du mit so das ist die sagenumhobene höhle hier müsste es unten irgendwo das habe ich noch gemerkt gespürt jetzt bin ich gespannt ich dachte gerade ich bin abgesprungen geladen wie lange hätte denn gucken auch immer komische sachen aus dem bauch aus also gesund sieht das nicht aus mein freund ja ok jetzt wird es langsam aber eigentlich man kommt schon schokolade und haarspray habe ich gefunden ja ich auf jeden fall es können mit haarspray basteln ach hier kann man die map die map ist die map ist die map ist die map und kompass gibt es hier auch noch sehr schön richtig geil ja gut dann sind wir eigentlich schon durch folge ist abgedreht wir können auch hören wir noch fürs zuschauen ja dann lass doch mal hier die höhle ein bisschen erforschen weil so ein bisschen zeichnet das jetzt automatisch mit jetzt habe ich wieder irgendwas getrunken weil ich auf eins gedrückt habe hier sind wir gespielt hier liegen überall gedärme rum pass auf wohin tritt ist rutschig also max beta hallo hallo hommisch hallo hallo halloo oh schick dich du bach das den kampf habe ich drauf plötzlich nehmen wir uns doch doch ich bin ja schon in diesen folge hier ist noch ein seil was hier nicht durch das habe ich mir schon fast gedacht okay hier war nur ein seil und hier liegt noch etwas am boden aber da kann ich nichts mit anfangen ja das sieht irgendwie aus weil natürlich auch nicht weil es voll ist wenn ich mal kurz gucken was man doch ich will sehen ach man ein bisschen spielkind da ist geräusch und auf den schädel einschlägt da links geht es lang hier rechts geht es lang wir gehen hier rechts lang das ob wir auch einen freund von uns so ich habe erledigt noch einer der auf jeden fall welche also ich was diesmal ach komm hör auf hallo wo seid ihr das ist eine ziemlich tiefe höhle kann das sein also da vorne bei mir war der ausgang oder was hier geht es auch weiter hier geht es auch noch lang okay okay das sieht mir schwer nach boss so next please aber von wo ich glaube ich schon mal die taschenlampe raus das ist mir zu dunkel die frage wusste lang geht es so laut dass ich kaum verstehe hier geht es nicht weiter stein hier eine sackgasse zu sein der bereich hier ach komm schon also hier oben ging es gerade auf jeden fall noch mal irgendwo weiter hier geht es noch mal runter hoch geht es hier hochklettern hochklettern schön ok jetzt kann man hier wieder das für das kleine stück haben die leiten sein ja ich glaube das sieht eher nach dem ausgang aus oder wie will sie hier sieht man eine liste oder so was ich weiß nicht warum dieses gekrackte die in irgendeiner art und weise horror aufbauen soll sowas könnte ich auch noch mal das ist bestimmt der kleine timmy ja hier war es das dann aber oder also ich meine dass du wenn man das was ich habe gerade überlegt ob man das eventuell weg sprengen kann aber die lichteffekte sind teilweise aber doch ein bisschen erbärmlich hier hier geht es auch weiter von hier sind wir gekommen oder nicht was ist das hier nochmal haarspray oder was ja aus wie eine fackel sind wir hier denn schon gewesen ich habe keine ahnung also soviel soviel bringt die map jetzt eigentlich auch nicht ich habe mir gar nix ich habe mir irgendeine kassette aufgenommen müssen wir mal weiter gucken ja ja gut wir haben die map und den kompass haben wir auf jeden fall schon mal das ist ja schon mal nicht schlecht auch wenn wir sie nicht brauchen ja 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 hallo hallo ich geh mal hier lang hier ist hier geht es anscheinend nicht weiter oder doch komm nur dicke hoch ich bin auch hochbekommen ok was sagt denn die map waren wir schon kennt die map das ne ich glaub nicht da war wir noch nicht da passt hallo hallo das ist ja eine richtig tolle karte muss ich sagen hallo hallo hier liegt noch ein stuhl hier liegt eine zombie gleiche also hier waren wir schon anscheinend aber hier sind wir glaube ich hochbekommen ja sind wir denn auch hier rechts schon ne hier rechts sind wir dann nicht obwohl sind wir hier lang ach ich hab die orientierung verloren geht es hier links und rechts ich bin links lang ja ich muss erstmal was frühstücken hier lecker 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 das ist ja kompass hier ausrüsten kannst du mal licht kannst du mal licht machen äh muss ja das ja kompass hin mach den licht so also in die richtung die ich jetzt gucke ist norden ja so das heißt wenn wir jetzt auf die map gucken da müsste es jetzt nach rechts eigentlich noch relativ viel höhle geben die wir noch nicht erforscht haben also sind wir hier auf jeden fall richtig gut der tote zombie der liegt der sagt zwar dass das quatsch ist was ich gerade gesagt habe aber da hören wir jetzt mal nicht drauf okay dann war es doch das wo ich vorhin durchgekrochen bin weiter bist du denn jetzt kommt ich bin ich gehe vor ich gehe vor ich gehe vor wir sind wo ich jetzt gerade bin definitiv noch nicht lang gegangen ja hier aber nicht lang von da sind wir gekommen ach komm die kette jetzt geh du gehst jetzt 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 geh vor geht los himmel ja ich hänge wir fest du musst vorgehen du sollst ja auch durchlaufen und nicht dein geschäft verrichten im gang es ist meine fehler raus wieder eine kopf weil die stöcke richtig cool heißt es nicht stöcke deine mutter die guckt gleich wieder zu die folge so jetzt sind wir hier wieder nach morgen gleich wir gehen hier weiter ich glaube zwar wir waren hier schon aber du sagst wir sollen hier lang hallo hallo also ich glaube das hier ist die stelle wo ich gerade gesagt habe hier kommt gleich ein boss kommt okay aber davon zeugt auch die leiche die hier ist aber nicht von da gekommen doch wir sind auch von da gekommen ja gut dann lauf weiter jetzt habe ich die orientierung verloren irgendwo hier habe ich glaube ich gerade den ausgang gefunden wie viel links vielleicht lang das ist wahrscheinlich unter wasser ausgang aber ich habe ehrlich gesagt nicht ausprobieren wobei mit der taschenlampe kann man auch wahrscheinlich man kann mit der taschenlampe auch im wasser nicht leuchten das ist hier zu dunkel hierfür würde ich für den ausgang nicht finden tolle höhle die uns wieder geführt hast ich gehe mal hier oben lang ich gehe mal hier oben aber auch schon wieder hier für scheiße aus doch mal hoch wir sind gefangen ich hatte hier doch gerade irgendwo hatte ich hier schon so ein speist durch den man durch krabbeln konnte stöcke kommen wir müssen zurück was hier noch ein stöcke er ist voller stöcke ich möchte so ehrlich sagen bei taschenlampe nicht verschwenden ist ja die frage wie lange diese taschenlampe funktionieren das kann ich dir leider nicht sagen das habe ich mir gedacht das ist eine riesige höhle lost in höhlensystem sag ich da nur zu okay kann man in die map irgendwie ranzoomen zum beispiel kann man natürlich nicht doch kann man wohl das sieht man aber auch nicht so allzu viel also da ist sogar der exit schon eingezeichnet dann hier auf der map warte mal okay jetzt verstehe ich wir gehen jetzt gleich wenn wir da ankommen gehen jetzt gleich auf jeden fall mal nach rechts da waren wir noch nicht so viel so hier lang genau ich gucke einfach die ganze zeit auf die map so 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 okay also hier kommen wir es gleich auf jeden fall in den teilen erhöhten wir noch nicht erforscht haben ich sehe nicht wo ich hinfalle gerade egal wie du mal vor wie du mal vor dicker hier waren wir auf jeden fall noch nicht ja guck an durch da schieb ich lauf durch dich durch ich oh 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 da kommt wieder steht wieder irgendwas auf der map keine ahnung steht auf der map keine ahnung ja auch keine ahnung steht da drauf da seile füße was zum geier ja okay als babies ich glaube ich hole schon mal mein schwert auf so dass diese komische mutti mit den füßen warte ich mach mal nicht mit der taschenlampe hallo weiter rechts da hallo die da kommt auf dem baby ja ne du mal die taschenlampe ich schieße nur den bogen ab doch die babies auch ne die koppeln ja auch mal ja hier rechts ist nichts mach mal nicht ja das noch eins scheinbar nach rechts oben links weiter irgendwas kommt da ja das ist ja das ist die modi du triffst nicht doch das ist die schreie von dir was zum geier dumme hure töte dich boah da kommt es zu aber war hier nicht besonders viel modi tschüss modi und ein neues stück panzerung habe ich mal jetzt auch bekommen ich lege es mir weg an und nur noch zwei teile panzerung haben mich komplett gepanzert ja ich habe fünf und drei grüne ja gut du kriegst aber auch ständig auf die fresse ich sehe hier nichts ich brauche hier nichts ich muss mir grad diese komischen babies hier angucken was ist das zum teufel aber hier sind noch mehr babies ich brauche hier licht ich brauche hier licht ja wow wow Alter hopp ab ey weee 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 okay jetzt mache ich auch mal wieder ein bisschen licht hier also hier oben geht es glaube ich hoch aus der cave aber erstmal hier gucken was wir hier noch so finden ähm alter was zum geier ist das creepy nice gefällt mir haha ich glaube ich immer mein eigenes haus habe dann werde ich mein Wohnzimmer auch so einricht oh god oh ja das hast gerade irgendwas runtergefallen hast du das gesehen äh äh hörst du hörst du das hörst du das nicht was höre ich irgendwas stampft hier aber was richtig großes alter what the fuck ich muss jetzt erstmal was trinken hier auf den schreck mach mir grad in die Hose ein bisschen aber ich höre es jetzt auch hier ist noch Benzin oh und hier ist äh ne Leiterplatte Floschi was ne Leiterplatte war hier ne Leiterplatte war hier und ne Kassette ist hier auch noch ich kann mal kurz gucken ob meine Kettensäge aufgefüllt ist ah die ist gerade frisch ok 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 also wir sind allerdings schon am Ende dieser Folge angelangt ähm ich weiß nicht wie weit wir jetzt diese Höhle hier erforscht haben bzw. nicht erforscht haben wir kümmern uns auf jeden Fall mal in der nächsten Folge darum was genau das für stampfende Geräusche sind wir hoffen es hat euch gefallen falls es euch gefallen haben sollte dann lasst doch gerne ein kostenloses Abo da macht die Glocke an für das nächste Video und wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Folge bis dahin ciao yo Tchaikovsky ciao ciao ciao